Assisoyal Atiyah war ein ägyptischer Koptologe und Historiker. Leben Atiyah wurde in einem kleinen ägyptischen Ort namens Al-Ayshe in der Provinz Al-Gabiyah geboren. Im Alter von fünf Jahren sandten ihn seine Eltern auf eine Schule in Kairo. Nach dem Studium in Kairo, das er 1927 mit einem Diplom des Higher Training College abschloss, ging er nach Liverpool. Um dort an der Universität seine Studien weiterzuführen, er schloss das Studium in mittelalterlicher und moderner Geschichte 1931 mit einem B.A. ab und ging an die Universität London, wo er seine Studien mit einer Promotion in arabischen und islamischen Studien im Jahre 1933 abschloss. 1935 ging er von London nach Bonn, wo er Dozent und Honorarprofessor für mittelalterliche orientalische Geschichte an der Universität Bonn am orientalischen Seminar von Paul Kahle war. Im September 1939 zwang ihn der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nach Ägypten zurückzukehren. Dort wurde er Schulinspektor für Geschichte und Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Kairo. 1941 heiratete er seine Frau Lola. Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor. Im Jahre 1942 erhielt Attia einen Gründungslehrstuhl für mittelalterliche Geschichte an der damals im Aufbau befindlichen Universität Alexandria, den er bis 1952 innehatte. Von 1952 bis 1954 war er Dekan des Geschichtsinstituts. Von 1950 bis 1951 hielt Attia Vorlesungen in den USA. Ab 1954 lehrte er als Professor an verschiedenen Universitäten in Michigan, Columbia, Indiana und Princeton. Dann als Mitglied des Institute for Advanced Study in Princeton. Danach baute er das Zentrum für Studien der arabischen und mittelöstlichen Kultur an der Universität von Utah auf. In der J. Marriott Library der University of Utah befindet sich eine Abteilung, die ihm zu Ehren den Namen Assis S. Attia Middle East Library trägt. Die Bibliothek bewahrt auch den schriftlichen Nachlass von Attia unter dem Namen der Assis Sorial Attia Papers auf, der zu Forschungszwecken eingesehen werden kann. Assis Attia sprach mehrere Sprachen, darunter fließend Englisch, Arabisch und Französisch, ferner Deutsch, Italienisch, Latein und zu einem geringeren Grad Spanisch, Griechisch, Koptisch und Türkisch, Forschung und Lehre. 1934 publizierte er sein Werk über die Schlacht von Nikopolis, The Crusade of Nikopolis, das aus den Studien für seine Promotion hervorgegangen war. Im Rahmen dieser Studien hatte Attia eine Reise nach Bulgarien unternommen. 1938 veröffentlichte Attia seine umfangreiche Arbeit The Crusade in the Later Middle Ages. Diese hatte er bereits im Vorwort zu The Crusade of Nikopolis angekündigt, den er als deren letztes Kapitel bezeichnete. Nicht zuletzt für dieses Werk ehrte ihn die Universität von Liverpool mit einem Doctor of Letters. 1946 unternahm er eine durch die britische Militäradministration finanzierte Expedition zur Pentapolis von Kyreneica. Von 1949 bis 1950 nahm er an einer Expedition zum Katharinenkloster auf der Sinai-Halbinsel teil, die von der American Foundation for a Study of Man und der Universität von Alexandria gemeinsam durchgeführt wurde. Bei dieser Gelegenheit hielt er die noch im Kloster vorhandenen Manuskripte auf Mikrofilm fest. Überhaupt hat sich Attia während seiner gesamten wissenschaftlichen Arbeit immer wieder mit der Sammlung von Manuskripten, Papyri und Knochen in Schriften beschäftigt. Ab 1960 widmete Attia sich dem Aufbau des Middle East Center an der University of Utah in Seidlake City sowohl in der Lehre als auch von 1962 bis 1967 in der Administration. In dieser Zeit unternahm er auch zwei Reisen nach Ägypten, um wichtige Beiträge für die heute nach ihm benannte Abteilung der Bücherei zu sammeln. Im Mai 1966 entdeckte Attia elf Papyrusfragmente bei Forschungsarbeiten auf der Suche nach koptischen und arabischen Papyri in New York um Metropolitan Museum of Art. Das Museum hatte die Fragmente 1947 käuflich erworben. Attia erkannte sehr schnell eine Verbindung zu dem Faximile Nummer 1 aus dem Buch Abraham von Joseph Smith. Am 27. November 1967 wurden die Papyri dann an die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage übergeben. Allgemein wird heute anerkannt, dass die Fragmente Texte aus dem Buch der Toten und aus dem Buch des Atmen enthalten. 1967 verlieh die Brian Young University Attia einen Ehrendoktortitel in Jura. Im gleichen Jahr beährte die University of Utah ihn für seine Verdienste in Forschung, Lehre und Verwaltung mit der Verleihung des Titels Distinguished Professor of History. Ab 1991 war Attia als Herausgeber des mehrbändigen Werkes Adekoptik in Cyclopidee tätig. Studien dazu finden sich in seinem Nachlass. Nach seinem Tod 1988 vollendete seine Frau Lola die Herausgabe. Attia ist Autor von zahlreichen Aufsätzen und Rezensionen in einschlägigen Zeitschriften und Sammelbänden. Viele Veröffentlichungen Attias wurden neu aufgelegt bzw. in andere Sprachen übersetzt. Schriften The Crusade of Nicopolis Repre From the Ed of London 1934 AMS Press New York 1978 ISBN 0404-154107 The Crusade in the Later Middle Ages Repre From the Ed of London 1938 Krauss New York 1965 The Monastery of St. Katerine in Mount Sinai IMP MISRSAE Lecker The Arabic Manuscripts of Mount Sinai A Handlist of the Arabic Manuscripts and Scrolls Microfilmed The Library of the Monastery of St. Katerine Mount Sinai For Award by Wendell Phillips Jones Hopkins Press Baltimore 1955 Crusade Commerce and Culture Indiana University Press Bloomington 1962 The Crusade – Historiography and Bibliography Indiana University Press Bloomington 1962 Kreuzfahrer und Kaufleute Die Begegnung von Christentum und Islam Aus dem Amerikanischen von Rudolf Bockholt W. Kohlhammer, Stuttgart 1964 A History of Eastern Christianity Mertün, London 1968 The Cops and Christian Civilization Fried-Erik-William-Reynolds Association Salt Lake City 1979 ISBN 087480-1451 The Coptic Encyclopedia McMillen, New York 1991 ISBN 002897025X